Pokémon Smarax In der Wendemals Nassauk Challenge Wir haben in der letzten Folge 2 Pokémon Follower Und wir haben nur noch Chuck und Larry bei uns Nicht so optimal Und... Wir sollten es auf jeden Fall Bevor wir irgendetwas anderes machen Wir müssen uns Piercifbären oder sowas kaufen Und sonst geht das nicht In der Stadt können wir noch kein Pokémon fangen Weil wir keinen Surfer haben Aber... Hier ist die Gym War das nicht in Omega Robin da? Ich weiß es nicht Ja, ich hab zwei Fick dich, okay Gucken wir mal bei meinem Vater vorbei Ich meine natürlich, Arena leider XY Naja, wenn das Johnny ist Na, wie geht's dir Johnny? Das klingt ein bisschen pervers Aber hey, ich hab kein Problem damit Oh nein! Du siehst so scheiße aus, ey Äh... Ich will kein Pokémon haben Äh... Wir haben... Werden wir haben... Ich hasse Heiko Er sieht so scheiße aus, als Bridey Okay Was fängt er sich? Was fängt er sich? Äh... Pokémon sind im Hochgras, oder? Äh... Ich fang jetzt ein Pokémon Tu das Ja, okay Er bleibt bei Trasla, okay Wir haben eins verloren Und er hat eins bekommen Was ist das Schicksal? Das ist ausgerandomized Ist ja langweilig Wer? Wer? Das wird... Nein! Ich möchte, dass Heiko Kein Trasla bekommt Das ist sonst langweilig Bitte Die Bienen Vielleicht jetzt noch bei diesem Fangritual-Zeug so Aber... Ich möchte, dass Heiko Kein Trasla bekommt Dann ist das etwas Nütze Außer er hat körperlos Oh shit Ich muss jetzt Ball werfen, oder? Du hast es haarscharf erkannt Du musst einen Ball werfen Das hier, oder? Das ist ein Pokémon Okay, ich werf den Ball Ich werf ihn jetzt Es ist in diesem Ball drin Ist das richtig? Hab ich auch was kaputt gemacht? Er wackelt Oh nein, da kam ein Funk raus Ich hab ihn kaputt gemacht, oder? Nein, alles gut Heiko Alles gut Okay Ich hab jetzt ein Pokémon, oder so Nun... Das ist also mein Pokémon Danke, ich geh zurück zum Gym Ähm... Und... Äh... Ich war ja vergessen Und... Wie ist das alles gegangen? Äh... Danke, alles gut Ich hab mein Pokémon Äh... Tschüss... Meine Mutti wartet auf mich Nun... Du wirst ein stärkerer Drinner werden, du... Warte, ich kann das nicht machen Äh... Geh zu dieser Stadt Und ähm... 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 Tschüss Vater Tschüss Werden wir nie wieder sehen Okay Das war ein anstrengender Dialog Und... Ich habe das Gefühl Wir haben ein Relaxo im Center Nicht... Kol... Kol... Nicht Kol wahrscheinlich Okay... Heile meine... Zwei Pokémon Das ist frustrierend... Okay... Ach man... Das frustrierendste von einmal Nicht mal Welts Also... R... Sondern... Es... 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 Äh... Was machst du? Äh... Mein Gesicht ist im Wasser... Äh... Reflektion und so habe ich recht Reflektion... Du hast recht Hier müsste Heiko wohnen Ich glaube wir sind sogar da rein Äh... Bist Johnny oder? Was auch immer Ah... Er sieht... Er sieht aus als er hat zwei blutige Zähne Es ist... Es ist Samy Sande Hier gibt es auch nichts zu sehen Hier gibt es also auch nichts zu sehen Also... Wer bist du? Äh... Entschuldige mich Ähm... Äh... Du bist... Du bist auf dem Weg ein Pokémoner zu werden oder? Naja... Ein Trainer... Äh... Irgendwas... Ich suche Cartel Trainer... Aber ich habe nicht Kehle... Was? Das ist wieder von mir! Wer ist das? Den gab's einen Omega Rubin Einfach dafür nicht... Oh na der Rote... Äh... 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 Ok... Äh... Ich hole erstmal Pokémon... Was... Bekommen wir? Ahhhhhh... Weberack Woooha ein fantastischer ersatz für centric ich spür's fucking wie barack ob bitte vergifte mich jetzt nicht fahr gegen leber ist so scheiße ich weiß noch wie wie heißt er anführer von teams geil wie er wie der eine ariados als main hatte und das war scheiße ok bei wenigstens drin obwohl wir da und mal wehtun wenn es nicht bleibt doch habe ich vorher verschwendet und ich habe spinner rack gefangen wie nenne ich dich das sieht so aus hätte ein gesicht auf dem rücken kann man was darüber reden endlich parkour ich weiß nicht warum du bist jetzt parkour findet sich damit ab im team wie wir haben parkour wir haben parkour ist nicht schön parkour haben team parkour trainieren natürlich keine geheimnis so mit schnittig mit schnittig mit parkour und die sache ist relativ erledigt ja junge dame aber du ja da war voll das wort pokémon da drin es ist billy billy bei den formel ok parkour 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 und gifte bitte aber große stelle ich auch kugel ist gesicht auf dem rücken an ich bin parkour ich weiß parkour steht aufruhr auch schilder da muss man erwähnen auf ihn sind nicht effektiver Aufruf und gefährlich werden okay ja Larry ja ich ist an sich nicht darauf auf Ruhe zu machen sonst brauchst du Schockwüten und niemand schockwüten machen glaubt okay auch jetzt du nervst, stirbst danke und das sind die liebliche Erfahrungspunkte nicht viele aber liebliche oh man Magikarp man eine Herausforderung ein Magikarp Hallo Carbador ich habe gesehen dass die Pokémon Company ein Disstrack für dich auf ihren Kanal hochgeladen hat es ist frustrierend oder ich weiß es ist sehr frustrierend wir können darüber reden wir ich habe kein Problem damit okay ein ausfälliges gespräch darüber führen das Track sind nicht cool das war ein langweiliger und das war eine langweilige Folge ich würde irgendwas erreichen ich habe Pokémon geagelt wuuu oh schee der hat die Pokémon geagelt ok 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 kokoh es ist so langweilig gab man ja irgendwelche spannenden Pokos kommen nein ich glaube schon zu level können es sein ich trainiere nochmal bis zur nächsten Folge weil der neuen wäre das jetzt irgendein anderes Pokémon gewesen hätten wir jetzt ein Problem fahr gegen Herd noch hör auf mit dem Scheiß ok das ist relativ oh nicht so viel Schaden gemacht gibt keinen Sinn erledige es ah das war ein Quill ok Bako ist ab 6 geworden wuuu und hat er das Scary Face gelernt wuuu ich bin nicht groß und ich weiß Darian das ist ein cooler Name Darian ich hab mein Kind nicht so nennen aber es ist ein cooler Name Das ist sie so eine wunderschöne Mädel ok hier ist das ein verliegendes Boot ok hier ist niemand immer wieder schön zu sehen mit einfach nichts existiert wer bist du was auch immer aber immer sagen wir wir fordern noch einen wunderbaren ähm Typen raus und ja nimm dich vor allem wenn ich nachher raus nennen dass ich sag das mal gegessen ey Makuhita 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 habe ich recht die 7 oh das könnte ich gefährlich werden ich hätte es machen dürfen ok 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 das ist keine Gefahr oh makuhita darf nicht mach ma keine große Gefahr shit 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 ok 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 i'm going by Oh nein, das ist okay. Quick. Nein, das ist die Kurschen. Fuck. Komm schon. Okay. Gut. Gut, 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 okay. Okay, du kannst auch schon. Das war ein anstrengender Part, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und haut rein. Bis dann und ciao.